Da oben ist ein Hebel. Vielleicht lässt er sich mit dem Seilpfeil betätigen. Die Frage... Frage ist... Funktioniert hier eigentlich alles noch? Wie kann das sein, dass hier alles noch funktioniert? So, allein mit so einer Halskette... ...hast du erstmal ausgesorgt wahrscheinlich. Wenn du sowas verkaufst. So, ich muss jetzt erstmal klarkommen auf mein Leben. Hier gibt es so viel zu machen. Hmm... 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 Das bringt mal gar nichts. Ist es verbunden mit dem hier? Warte mal. Ich hab's gewusst. Ne, bringt nichts. Das muss auch für irgendwas gut sein. Ups. Oh, Dachziegel hatten sie auch schon damals. Cool. Ups. Sorry. Mhm. 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 Was bringt das? Kann mit dem Seil hier auch nichts machen, ne? Was ist das? Moment. So. Da haben sie schon für gesorgt. Hä? Also hier ist man mal hoch. Das ist schon mal klar. Ah, da knackst alles. Alles klar. Ich bin jetzt hier oben. Ich muss schneller machen, ne? Ich muss schneller machen. Ups. Ja, so nicht. Es ist perfekt erhalten und macht einen perfekt platt. Faszinierend. Das ist perfekt erhalten. Okay. Okay. Hey, was macht das jetzt? Was bringt es mir jetzt hier oben zu sein? Hier ist die Karte, die ich brauche, ja? Krieg doch nix. Krieg doch nix. Achte ich mir schon. Ich bin schon mal einen Schritt weiter, ja? Hä? Äh? Äh? Okay, pass auf nochmal. Das ist alles nur für ein Buch, ne? Halt! 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 Jetzt bin ich hier. Halt! 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 Aber wie kriege ich das hier dran? Halt! 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 du einfach drauf hast du verdient auf die feld zu fliegen da spring doch einfach drauf alter schwede wir sollen es oder ist es gar nicht geplant dass es geht natürlich natürlich alter lara sommer bist du so doof oder tust du eigentlich nur so es war möglich in der zeit oder bin ich hier komplett falsch kann es kann nicht gehen hoch jetzt danke es ist zu wenig zeit es ist einfach zu wenig hier ist auch noch was was hat es mit was hat das was zu tun was ich das hier habe es bringt mir gar nichts aber wenn das nämlich oben ist wenn ich das da dran schieße dann ziehe ich das wieder runter moment moment das sollte halten jetzt muss ich nur noch darauf klar du warst nicht blöd ich war blöd ich war ich war wäre aber auch cool gewesen wenn man das in diesem quick run geschafft hätte alter das war so einfach das war jetzt so einfach will nicht wissen wie viele leute das auf die abprobiert haben wenn jedes mal kläglich gescheitert sind sie aufgeregt haben wie ich gerade ernsthaft da ist schon das buch das wäre eine sache von zwei minuten gewesen also fünf minuten der gesamte das ding hier das gesamte äh ne so was kriegt man schönes oh bin ich blöd mein alter kodex sieht aus wie eine abhandlung über die verbindung von körper und geist schneller heiler ah oh äh schneller heiler heilen sie okay ja war schon okay ne kann ich hier wieder ah so das war's ja das wäre halt ziemlich easy gewesen ne in erster Linie hab nix ja ich hätte noch ein paar fallen erwartet dass wir so schnell hier durchkommen das ist unerwartet ein bisschen aber okay ist okay wie gesagt das wäre eine sache von fünf minuten gewesen maximal wenn man es weiß wölfe keine wölfe keine wölfe gut alter wenn ich den jetzt um das schieß ähm da muss ich hin was genau wollt ihr eigentlich von mir das reicht nicht wir müssen improvisieren es muss noch mehr geben ich bin noch hier ich bin noch richtig oder ja ich glaube schon in den Korb ach einfach nur Holz okay hab ich ja locker schon alles hallo ich muss hier runter ist hier jemand ist hier jemand Mist Mist Alter, ich bin so böse. So, ich muss jetzt hier, geht es weiter mit der Quest. Reden ist es mit dem Turm, ne? Gehe ich erstmal dahinter. Zu dem Turm? Ne. Sorry. Sorry. Ich soll vielleicht probieren, lieber den Kopf zu treffen. Oh, ein Friedhof. Was haben wir hier? Schneeschuhe. Was soll ich hier her? Gehen sie zum ersten Wachtturm zurück. Hä? Ist das Schnee? Sind es Felsen oder Schnee? Graue Felsen, ne? Und jetzt wieder nach oben, Alter. Wenn es mir nichts mit einem Seilbahn gäbe. Wo ist der hin? Ha 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 ha. Oopsie. Alter. 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 Alter, die Gipfeile sind Gold wert. Ein Puma. So, da kann ich wieder hoch, ne? Oh, sieh an. Upsi. Aua. Da hoch. Nicht da hoch. Egal. Also, die Gipfeile bringen jetzt nicht so viel Schaden, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Könnte besser sein. Da oben könnte aber auch was cooles sein. Ich meine, es sieht schon ziemlich verrächtig aus. Das war alles, ne? Das war alles, ne? Alter, Schwede. Voll. Aber schon ne coole Umgebung hier. Auch wenn hier alles tot ist, ziemlich. Ja. Hätte hier schon genug rumgedattelt. Versuch eine gesunde Mischung zu finden zwischen Action und zwischen, äh, Plündern. Yo. Ich habe die Vorräte beim anderen Turm gelassen. Dieser hier scheint fertig zu sein. Ist er, dank Ihnen. Jetzt sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil. Wir brauchen, was wir kriegen können. Sie sollten auf den Turm klettern, dann haben Sie einen besseren Blick über das Tal. Auf den Turm. Oder auf den unteren Turm. Hallo. Hallo. Ich hoffe, Sie können mit dem Bogen umgehen. Was Sie auch suchen, das können wir nach dem Kampf besprechen.